Das ist unser Platz in der Vuda Marina. Wir haben dazu einen kleinen Steckvonne, können wir mal drüber laufen. Da sind die Duschen. Nachbarn. So sieht es aus. Ein kleiner Kreis. Da hinten ist die Tankstelle. Und so sieht es dann hier aus. Zwei Solarpanelen mehr. Das war die Sonntagsarbeit gestern. Das Wetter ist ganz unbeständig. Man weiß nicht, was sich daraus wieder entdeckt. So sieht es aus. Viele Grüße und bis bald. Das war's für heute. Das war's für heute.